Kitzbühel und sein Umland sind heiß begehrt. Doch wer hier seine Wohnung oder ein Haus kauft, muss auf Fährenwidmungen achten oder einen Hauptwohnsitz anmelden. Im Gesetzesdeutsch ist vom Mittelpunkt der Lebensinteressen die Rede. Dies einzuhalten unterschrieb 2014 auch Lutz Meschke, der bei der Porsche AG und der Porsche SE gleich zweifach im Vorstand sitzt. 1,5 Millionen Euro ließ sich der Porsche-Vizepost das Nobelchalet im Stanglwirtort Goen kosten. Dort waren die Jalousien aber meist geschlossen und keines der drei Kinder besuchte in Tirol die Schule oder die Uni, was Indiz für den Lebensmittelpunkt gewesen wäre. Das war dem Ort ein Dorn im Auge. Eine Anzeige flatterte ins Haus. Am 17. Juli des Vorjahres untersagte Bürgermeister Alexander Hochfilzer die Nutzung des Hauses auf die bisherige Weise. Der Einspruch des Topmanagers ließ nicht lange auf sich warten. Er sei nebenbei im Raum Kitzbühel im Immobiliengeschäft tätig. Daher sei die Anwesenheit nötig, betont er. Wenig Zeit mit der meist abwesenden Familie zu verbringen, sei kein Grund dafür, dass er nicht in Going wohne. Er sei eben kein durchschnittlicher Angestellter. Diese Strategie ließ das Tiroler Landesverwaltungsgericht aber kalt. Und der Rauswurf aus dem Ort ist perfekt. Nun steht die Millionenvilla zum Verkauf.